Hallo meine Lieben und Willkommen auf meinem Kanal Herzenswunsch Wie ihr schon gesehen habt, das hier ist ein neues Schwangerschaftsupdate Ja, und mal wieder schön mit Licht, aber immer noch mit einem doofen Hintergrund Ist gerade nicht... Irgendwie habe ich hier gerade nicht Platz für... Ja, ich weiß nicht, mich stört das selber, dass ich immer vor so einer blöden weißen Wand filme Aber ja, ich hoffe, euch stört das jetzt erstmal nicht Ich hoffe, auch für euch sind die Infos wichtiger Letztes Mal habe ich ja über die siebte, über die sechste und siebte, so rum berichtet Ich habe mir jetzt keinen Zettel gemacht, ich hoffe, es wird nicht zu querbeet und so Und ja, ich hoffe, ihr könnt das gut verfolgen Ja, los geht's mit der achten Schwangerschaftswoche Ich hatte ja in der siebten Schwangerschaftswoche diese Blutung bekommen, wo ich auch Gewebeabfall hatte Wo man mir so ein bisschen prophezeit hat, dass das Baby wahrscheinlich abgehen wird Ich habe mich aber wacker eine ganze Woche gehalten mit liegen und wirklich nicht aufstehen Und nur zur Toilette gehen und auch im Liegen essen, Liegen sitzen, Liegen trinken mit Strohhalm Und ja, für mich, das war wirklich eine echt mega schwere Zeit Nicht nur körperlich, weil ich wusste, okay, du musst jetzt dafür sorgen, dass du jetzt nicht aufstehst Du darfst dich jetzt nicht aufrichten und das Liegen war auch echt mega Ja, Liegen ist ja nicht anstrengend, aber irgendwann geht es einem auf den Nerv Und man weiß einfach, du darfst jetzt nicht aufstehen, weil es könnte sein, dass du dein Baby verlierst Und ich habe ja so mega lange darauf gewartet und ich drehe jetzt auch quasi dieses Update schon drei Wochen später Und habe es jetzt nicht so ziemlich zeitnah gedreht, weil ich musste mich erstmal von dieser Zeit irgendwie distanzieren Weil es mich auch seelisch einfach so getroffen hat Und ich weiß, dass man Blutungen kriegen kann, die nicht schlimm sind Und ich weiß auch ganz genau, dass man in dieser frühen Zeit eine Fehlgeburt kriegen kann Ich habe mich aber in der Zeit total blöd gefühlt Also ich hatte einfach Angst Jede Sekunde wusste ich, lebt dein Kind noch, lebt das nicht Wird sich das Kleine halten oder wird es nicht halten Und ich meine, ich habe ja so lange darauf gewartet Ich weiß, es gibt Leute, die warten noch viel, viel, viel länger Aber wenn man einen ausgeprägten Kinderwunsch hat Und es passiert dann einfach so Ich meine, für mich war das so überraschend Und dass es jetzt einfach so geklappt hat Und ja, ich lag da und wusste nicht Geht das jetzt gut aus? Geht das schlecht aus? Ich hatte ja von dem Arzt eine schlechte Prognose gekriegt Dass es wahrscheinlich noch abgehen wird Nach diesem Gewebeverlust, nach dem vielen Blut Es war dann so, dass das Blut aber weniger wurde Ich hatte immer noch Blutungen Aber die wurden dunkel und schmierig Also so Schmierblutungen Und dunkles Blut ist ja eigentlich immer altes Blut Und nicht dieses helle rote Blut Nur das ist ja eigentlich gefährlich Ich glaube, nach zwei Tagen war es nicht mehr rot Und es war dann Also dunkler Ja, aber es war trotzdem noch Viel Also es war mehr als eine Slip-Einlage Ich hatte immer noch eine dicke Binde drin Und ja Also es hat mir jetzt seelisch echt zugesetzt Und auch psychisch Weil ich einfach wahnsinnig Angst hatte Und ich muss auch dazu sagen Ich habe wahnsinnige Verlustängste Also aufgrund meiner Kindheit einfach Und es gibt einfach Menschen, die haben das Und ich habe das Und ja, das war ein wahnsinnig Also ich kann das einfach nicht beschreiben Ich glaube, alle Frauen, die das auch miterlebt haben Wissen, was ich meine Und ich wollte mich nochmal herzlich für die Kommentare bedanken Ich habe hier immer so ein paar Mädels, die immer kommentieren Das ist immer total schön Und die mich dann aufgemuntert haben Und gesagt haben Alles Gute Und das wird schon Und ja, also nochmal Danke, danke, danke dafür Das war echt total lieb von euch Mir hat das ganz gut getan Weil von meiner Schwangerschaft Wissen immer noch nicht so viele Menschen Das ist zum Beispiel auch der Grund Warum ich auf Facebook und Instagram Also noch nicht so viel gesendet habe Ich habe auch nicht viel über den Kinderwunsch gesendet Weil dieser Instagram-Account Und dieser Facebook-Account Ist auch der Account von meinem anderen Kanal Ich habe ja noch einen anderen Und bei dem anderen Kanal Schauen viele Bekannte und Freunde und Familie zu Ja, da mache ich ja so ein bisschen Produktvorstellungen Kochen, Backen Sowas halt Und habe da auch ein bisschen über das Abnehmen geredet Und so Und dieser Kanal war mir mein heiliges Geheimnis sozusagen Aber ich habe euch nichtsdestotrotz von der Schwangerschaft erzählt Ich weiß, es soll Unglück bringen und so weiter und so fort Aber ihr habt mich ja schon in den ganzen Kinderwunschbehandlungen verfolgt Und deswegen wollte ich einfach, dass ihr es wisst Hier auf diesem Kanal Weil ich auch die Mädels aufmuntern wollte Damit die jetzt immer noch kämpfen Für ihren Kinderwunsch Für ihren Kinderwunsch Und Ja, dass ich euch einfach sagen konnte Es klappt dann irgendwie Auch wenn man lange wartet und echt kämpft und leidet Ja Also nicht wundern Erst ab dem vierten Monat werde ich dann auch auf Instagram posten Und auch auf Facebook, dass ihr da Falls ihr mir da auch folgt, dass ihr da auch noch up to date seid Im Moment war ich da echt still, weil ich halt am liegen war Ich hatte keine Lust, irgendwie was bei Facebook zu schreiben Ich habe hier unter den Videos ein paar Kommentare kommentiert, wenn es mir mal ganz gut ging Ansonsten habe ich echt nichts gemacht Meine Schwangerschaftssymptome sind gleich geblieben Also ich glaube ich habe das ganz normale, was jeder hat In der Frühschwangerschaft Also Ja Also Übelkeit Aber jetzt nicht, dass ich immer jeden Morgen brechen müsste oder so Aber eine gleichbleibende Übelkeit über den ganzen Tag Ja Aber das ist ja nicht schlimm Das gehört ja dazu Und Dann Schmerzende Brüste Also meine Brüste schmerzen Ungemein Ihr könnt euch das nicht vorstellen Also Und Komischerweise Ja Die wurden auch sehr heiß Also sehr, sehr warm Und Sehr schmerzend Ja Und halt Müdigkeit Mir ist so müde Also Ich bin den ganzen Tag müde Und Auch da in dieser Woche War ich wahrscheinlich Auch noch durch das Psychische noch sehr müde Ich habe gegessen Also ich habe morgens gefrühstückt Habe meine Tabletten eingenommen Habe geschlafen Bis mittags Wieder was gegessen Habe mich Ich habe ja sowieso gelegen Aber Ich habe wieder so vor mich hingedöst Also nicht, dass ich so richtig wach war Mein Mann Mein Mann meinte auch Das war Wer bestimmt einfach auch noch Der psychische Stress Der jetzt zukommt Aber es war jetzt auch Die Schwangerschaftsübelkeit Ähm Ja Das sind so meine Symptome Habe ich was vergessen? Vielleicht habe ich was vergessen? Nö Also das ist eigentlich das Was ich so in der 8. 9. Woche Am meisten hatte Ja Ja in der 8. Woche Stand dann auch Mein Ähm Arzttermin Mein erster Arzttermin Bei meiner Frauenärztin an Genau eine Woche Nachdem die Blutung Aufgetreten ist Und bei der Wo ich In der Kinderwunschklinik Äh Untersuchung war Und Ja Da kam ich erstmal hin Musste Pipi abgeben Und Dann musste ich Wurde Blut abgenommen Ich wurde gewogen Ähm Ich habe natürlich mehr gewogen Weil die mich mit Schuhen gewogen haben Als jetzt zu Hause Aber Ja gut Ist ja jetzt nur Für den Mutterpass Dann damit die kontrollieren Wie viel ich zunehme Ähm Ja Und dann Wurde ein Dann genau Dann ging ich zur Ärztin Sie meinte Sie hat dann auch schon einen Brief bekommen Und so von denen Ausführlich Was passiert ist Und Sie hat gesagt Ich Eigentlich macht sie Das Gespräch vorher Wir machen jetzt aber schon Ultraschall Weil wir wollen ja gucken Wie es dem Baby geht Und Eigentlich Ähm Würde sie jetzt auch Eine Tastuntersuchung machen Der Gebärmutter Also von innen Also Eigentlich geht Der Arzt Oder beziehungsweise Die Ärztin Mit der Hand In die Scheide Und Tastet auch einmal Ähm Sie hat aber nur Ganz vorsichtig Äh Die Klemme reingemacht Hat dann ihren Abstrich genommen Von der Schleimhaut Das muss ja trotzdem gemacht werden Und Ist dann auch Nur ganz behutsam Mit dem Ultraschallgerät Hinein gegangen Weil sie gesagt hat Äh Wir wollen ja jetzt Nichts auffüllen Ich mache keine Tastuntersuchung Normalerweise müsste ich das Aber wir machen das jetzt nicht Äh Weil wir wollen erst mal gucken Ähm Was da los ist Ähm Sie guckte also auf das Baby Und Das war echt Seit Dieser Woche Beziehungsweise auch seit der Ich glaube seit Seitdem Ich diesen Test gemacht habe War es nochmal das Schönste Erlebnis Was ich je hatte Oh Jetzt kommen mir schon Fast die Tränen Meine Güte Ähm Als sie dann gesagt hatte Ganz kräftiger Herzschlag Und mir ist so ein Stein Vom Herzen gefallen Wirklich wie so Als ob hier so Steine runterkullern würden Und Es war einfach Schön für mich Weil ich wusste echt nicht Okay Die Blutung ist jetzt weg Aber Natürlich ist es so Es ist natürlich überhaupt nicht logisch Was ich dachte Aber ich dachte wirklich Vielleicht ist das Baby mir schon tot Vielleicht lebt es gar nicht mehr Und Vielleicht geht es jetzt noch ab Und Ich hatte Ich hatte einfach so Befürchtungen Und sie sagte Nein Ein ganz kräftiger Herzschlag Ich so Ja Wo denn das schlägt Und sie so Ja Und sie Also meine Ärztin Sie ist wirklich toll Die erklärt Und so Und das muss für sie natürlich Total nervig sein Wenn jeder fragt Wie das Wo was ist Und so Aber sie sagte Ja Ich muss jetzt noch Ich suche mal für sie ran Und dann Sagt sie Sehen Sie da Das Flackern Und das ist das Herzchen Und ich dachte Oh Also wirklich Sehr sehr schön War das für mich Dass Ja Dass man einfach Diesen Herzschlag gesehen hat Wirklich Das war Ah Entschuldigung Das war wirklich Also ab dem Zeitpunkt Konnte ich echt Ein bisschen aufatmen Die Ärztin meinte Gucken sie jetzt noch mal Wie das wird Mit der Blutung Wir haben ja jetzt Ein bisschen Rumgedruckst Da drin Ja Sie hat dann Ganz normal Gemesseln Oder dann gesagt Ja Da ist der Dottersack Da drauf liegt Das Baby Hat sie mir alles erklärt Und Ja Dann konnte ich mich Erstmal wieder anziehen Und sie hat mir auch Ein Bild gegeben Das wollte ich euch zeigen Ich hatte da Damals auch schon Ein Bild gekriegt Wo man dann auch Diese flutende Blutung Gesehen hat Aber das Wollte ich euch Jetzt nicht zeigen Weil das Für mich auch ein Bild ist Was jetzt nicht Was war das erste Bild Ist was ich von meinem Baby Habe Aber Wo diese Blutung daneben Genau neben diesen Ja neben der Fruchthöhle ist Die man sehen kann Und Ich wollte es euch einfach nicht zeigen Aber dieses Bild zeige ich euch jetzt Ich hoffe man kann das sehen Und es blendet hier nicht allzu sehr Einmal muss ich hier meinen Namen abdecken So Hier ist die Fruchthöhle Und hier ist das Baby Also hier unten ist so der Dottersack Und da drauf liegt das Baby Man kann natürlich jetzt noch nicht so viel erkennen Das war Achte Woche Und das Ultraschallgerät hat ausgerechnet Ich war zu dem Punkt Wirklich sieben plus null Also achte Schwangerschaftswoche Sieben Wochen und null Tage schwanger Und das Baby war 0,93 cm groß Also fast 1 cm Fast so Ist das nicht süß? Ja Der Geburtstermin steht hier auch drauf Der errechnet wurde Anhand des Ultraschalls Das ist der 16.3. 2017 Ähm ja Also Das war das erste schöne Bild Was ich von meinem Baby habe Was ich euch jetzt auch Hier zeige Ach so Was ich jetzt total vergessen hatte Sie hat nicht nur nach dem Baby geschallt Sie hat auch die komplette Gebärmutter abgeschallt Und hat jetzt Ähm Geguckt wo die Blutung herkam Sie hat dann auch etwas gefunden Wo sie gesagt hat Ja das sieht Äh Nach einem Bluterguss aus Also nach einem Hämatom Ähm Ich bin mir jetzt aber nicht sicher Ob es nicht die Rückseite ist Äh Von der Fruchtblase vom Baby Aber Wir kontrollieren das nochmal in zwei Wochen Denn dann Müsste ja auch die Fruchtblase des Babys Kleiner geworden sein Da ihr Baby ja Wachsen muss Ähm Wir kontrollieren das einfach mal Also sie hat ja was gesehen Was äh Ungefähr die Größe der Fruchtblase hatte Und äh Ja Für sie erstmal aussah wie ein Bluterguss Was ja auch dazu Äh Passen würde Zu meinen Blutungen Ähm Ja Dann durfte ich mich halt wieder anziehen Dann wurde ich äh Dann habe ich mich da auf den Ganz normalen Stuhl gesetzt Und dann hat sie noch mit mir diese Ganze Beratung gemacht Dass sie Ja mit dem Essen Dann habe ich noch so ein Heft gekriegt So ein Schwangerschaftsratgeber Was man alles essen kann Was man nicht essen sollte Und 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 Dann hat sie mich darüber aufgeklärt Dass ich mir so früh wie möglich Eine Hebamme suchen sollte Ihr werdet jetzt denken Was In der achten Woche Ja Äh Wir leben in einer etwas größeren Stadt Äh Ja wo aber auf Äh Richtig viele Einwohner Circa nur 20 bis 30 Hebammen bekommen Was sehr sehr gering ist Ähm Deswegen meinte sie Es ist sinnvoll Äh Sich eine Hebamme zu suchen Wenn man auch schon In der Schwangerschaft Zu Vorsorge Eine Hebamme haben möchte Das möchte ich gerne Also ich möchte eine zu Vorsorge Eine zu Nachsorge Weil Es ja nun mein erstes Kind ist Und ich ja auch PCO habe Und das ähm Ähm Ja also Ich bin mir da sicherer Wenn ich eine Hebamme habe Sie meinte auch Hebammen machen einen wahnsinnig 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 guten Job Und es ist einfach sinnvoll Eine zu haben Ähm Dass jetzt schon das zweite Dritte Vierte Kind ist Vielleicht dann nicht Aber ähm Ja Besonders beim ersten Weiß man halt vieles noch nicht Ist ja auch bei mir der Fall Ja und ähm Genau Dann wurde ich halt noch so Über verschiedene Dinge aufgeklärt Und habe mit ihr gesprochen Sie hat mich noch mal Zwei Wochen krankgeschrieben Bis zum nächsten Termin Denn ich sollte In zwei Wochen noch mal Einfach nur zum Ultraschall Kommen Nicht zu einer richtigen Nachsorge Ähm Einfach um zu gucken Ähm Wie der Bluteilguss ist Und wie es dem Baby geht Weil das wollte sie doch noch mal Äh Überwachen Weil das ja jetzt doch Noch ziemlich heikel war Also weil ich immer noch geblutet habe Nach diesem Tag Habe ich dann auch noch mal mehr geblutet Also es ist das eingetroffen Was sie prophezeit hat Aber Es war jetzt kein Ähm Kein frisches Blut So ein Glück Ich habe dann auch am nächsten Tag Äh Das war dann ein Freitag Gleich in die Hebammenzentrale angerufen Und äh Mich da angemeldet Dass die Quasi mir Eine Hebamme zuteilen Bis jetzt hat aber noch keiner angerufen Also die meinten Innerhalb von einer Woche Ruf jemand an Da muss ich mich noch mal drum kümmern Nach telefonieren Aber ich meine Es ist ja Sommer Ist ja auch Urlaubszeit Und sowieso sind hier gerade Ferien noch Ähm Ja Also soweit so gut Eine Hebamme habe ich mich gekümmert In der achten Woche schon Ja Ähm In der neunten Woche ist eigentlich gar nicht so viel passiert Also weiterhin ähm Habe ich dann äh Quasi noch geblutet Aber nicht viel Es ist dann äh Ja es ist äh Auf anderthalb normale Slip-Anlagen Sozusagen geschrumpft Von mehr als zwei Slip-Anlagen Und ähm Ja Ich durfte dann auch äh Mich auch schon mal aufsetzen Also ich musste dann nicht mehr komplett liegen Ähm Da es ja kein frisches Blut mehr war Aber sobald ich jetzt frisches Blut gekommen wäre Hätte ich wieder In die Liegeposition gehen müssen Also Das war für mich ein bisschen erleichternder Als diese allererste Woche Weil ich wusste Okay dem Baby geht's gut Ähm Klar ich war noch nicht außer Gefahr Aber Es ging mir erstmal besser Und ähm Das war für mich erstmal Einfach erleichternd Weil mir das einfach so psychisch ähm Sie an den Hals ging Ja die Müdigkeit blieb aber immer noch Also wenn ich morgens aufgestanden bin Was gegessen habe Hab ich gleich gesagt Zu meinem Mann Du ich leg mich wieder hin Und hab dann wieder zweieinhalb Stunden geschlafen Obwohl ich nachts Auch jetzt so lange schlafe Bestimmt acht Neun Stunden Obwohl ich früher Locker mal nur sechs Stunden geschlafen habe Oder sieben Stunden War immer meine perfekte Zeit Ich war noch nie so der Langschläfer Aber jetzt Also Schlafen ist glaube ich jetzt Irgendwie mein Hobby oder so Wir haben aber gehört Dass es schon Also nach den ersten drei Monaten Besser wird Ja Soviel dazu Also ich bin Echt müde 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 Ähm Ich sehe auch Wie ein Zombie Also gut Jetzt gerade bin ich geschminkt Ähm Im letzten Update Habt ihr es gesehen Wie ich Nur mit Getünter Tagescreme aussehe Ähm Ja Soweit dazu Ich hoffe ich habe gar nichts vergessen Das war die achte Und die neunte Woche Wie gesagt mir geht es etwas besser Ja Viele von euch haben in den Kommentaren gefragt Ähm Ich das mit dem Abnehmen gemacht habe Weil ich ja jetzt insgesamt 17 Kilo abgenommen habe Ähm Ich werde dazu ein gesondertes Video machen Was ich jetzt gleich im Anschluss drehen werde So Weil mein Akku jetzt gleich nicht Äh Meint Er müsste leer werden Und ja Falls ihr irgendwas noch wissen wollt Möchtet Oder so Dann Äh Immer rein in die Kommentare damit Ich hoffe es geht euch gut Ich hoffe Ihr habt eine gute Zeit Äh Allen die Noch hebeln Ähm Alles Gute Daumen sind Gedrückt Für euch alle Ja und dann würde ich sagen Bis zum nächsten Mal Mal Vielen Dank.